Sport, Bewegung, Belastung adaptiert an den eigenen Zyklus und die Veränderungen im Zyklus. Das sogenannte zyklusbasierte Training. Ist das nur ein Trend oder steckt da wirklich was dahinter? Das werden wir heute wissenschaftlich beleuchten. So viel sei vorab genommen, es steckt was dahinter. Und was genau, das erzähle ich euch jetzt. Aus dem Bereich der Profisportlerinnen kommen jetzt die neuen Trends, dass man zyklusbasiert trainieren sollte. Um wirklich die Vorteile und vielleicht auch Nachteile des eigenen Zyklus perfekt auszunutzen. Aber nicht nur für Profisportler scheint das unglaublich attraktiv zu sein, sondern auch für uns Normalos. Und super interessant ist, man kann das Ganze nicht nur auf den Sport übertragen, sondern eben auch auf die Leistungsfähigkeit im Beruf. Dazu sage ich ganz am Schluss nochmal was. Also steigen wir direkt in die Thematik ein mit dem zyklusbasierten Training. Mein Name ist Dr. Medcon-Stentin Wagner und ich mache mir zur Aufgabe, die Frauenheilkunde präsenter und medial wirksamer zu machen. Denn sie wird seit Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. Nicht nur in der Forschung, sondern auch in der medialen Präsenz. Ihr helft mir und der Frauenheilkunde also, wenn ihr ein Abo dalasst. Wenn ihr das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wenn ihr fleißig kommentiert. Bevor wir das zyklusbasierte Training jetzt besprechen, müssen wir erst nochmal kurz Revue passieren lassen, was es genau mit dem Zyklus auf sich hat. Und keine Sorge, ich mache das relativ kurz und kompakt, aber so ein bisschen zum Wiederauffrischen. Zyklusbeginn ist immer der erste Tag der regelstarken Blutung. Und hier kann man sich vorstellen, sind sämtliche Hormone, wie man in der Darstellung sieht, relativ auf einem Null-Level. Hier ist also wirklich wie so eine Art Reset von dem neuen Zyklus. Wenn der Zyklus dann voranschreitet, die Periode weg ist, dann geht langsam ein Hormon nach oben. Das ist das sogenannte Östrogen. Östrogen geht deswegen nach oben, weil die Follikel im Eierstock stimuliert werden zu wachsen. In dem Häutchen der Follikel im Eierstock sind Enzyme, die Östrogen bilden. Werden diese also stimuliert und diese kleinen Follikel werden größer, wird mehr und mehr Östrogen gebildet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denn zu den Aufgaben der einzelnen Hormone kommen wir gleich. Wenn der Östrogenspiegel maximal hoch ist, wird ein Eisprung ausgelöst durch das luteinisierende Hormon LH. Könnt ihr hier auch nochmal angucken. Und dann passiert folgendes. Aus dem Rest des Follikels entsteht der sogenannte Gelbkörper. Und hier wird jetzt massiv viel Gelbkörper-Hormon gebildet. Gleichzeitig fällt aber Östrogen ab. Und diese Konstellation ist auch eine ganz, ganz besondere, auch in Bezug auf Sport und Beruf. Kurz vor der neuen Periode haben wir dann eine ganz besondere Hormonkonstellation. Denn der Progesteronspiegel sinkt langsam ab, wenn es nicht zur Befruktung gekommen ist. Und überschneidet den Östrogenspiegel. Eine sogenannte Östrogendominanz entsteht hier, was auch ganz spezielle Symptome mit sich bringt. Und das Ganze ist ein Zyklus. Und wie ihr seht, haben wir hier zwei Haupthormone, die hier eine Rolle spielen. Östrogen und Progesteron. Was man aber auch nicht vergessen darf, je mehr Östrogen gebildet wird, desto mehr Testosteron bilden Frauen auch. Und jetzt schließt sich langsam der Kreis. Und jetzt gucken wir uns mal die Aufgabe der Hormone ganz genau an. Und dann wird auch schon langsam die ganze Sache rund. Und ihr versteht, warum es total sinnvoll ist, den eigenen Zyklus beim Training oder bei besonderen beruflichen Situationen nicht zu ignorieren. Wir picken uns jetzt nur so ein paar Funktionen der einzelnen Hormone raus. Die haben natürlich noch viel, viel mehr. Aber bezogen auf Sport und Leistungsfähigkeit sind diese natürlich ganz, ganz wichtig. Gucken wir uns mal Östrogen an. Was hat Östrogen für eine Aufgabe im weiblichen und auch männlichen Körper übrigens? Östrogen ist anabol, wirkt also muskelaufbauend und verändert den Stoffwechsel in der Muskulatur. Es führt nämlich zu mehr Glykogeneinlagerungen, also Speicherzucker für die Muskeln. Dazu macht es noch eine erhöhte Metabolisierung von Fett. Das heißt, die Verstoffwechselung von Fettdepots wird angekurbelt. Östrogen macht weiterhin ein Knochenwachstum und einen verstärkten Knochen, was natürlich auch unglaublich wichtig ist. Und es erhöht die Durchblutungen. Dadurch sind natürlich Muskeln, Sehnen, Bänder alles viel besser durchblutet und dadurch natürlich auch viel leistungsfähiger. Weiterhin unterstützt Östrogen auch das Herz-Kreislauf-System. Es schützt die Gefäße vor Ablagerungen und wirkt antihypertensiv, also den Blutdruck senkend eher. Das sind alles schon mal positive Aspekte, die wir im Hinterkopf haben sollten, wenn es um Östrogen geht. Jetzt schauen wir uns mal Progesteron an, das Gelbkörperhormon. Progesteron könnt ihr euch vorstellen als Gegenspieler zu Östrogen. Die haben zwar ein paar Effekte, vor allen Dingen auf die Psyche, die synergistisch wirken, also wo sie gleich wirken. Sie wirken nämlich antidepressiv tatsächlich. Aber sonst ist Progesteron oft der Gegenpart zum Östrogen. Es wirkt zum Teil sedierend, also so ein bisschen dämpfend. Man wird ein wenig antriebsloser. Es führt vermehrt zu Wasserausscheidungen. Es wirkt auch lipolytisch. Das bedeutet, dass die Fettverstoffwechselung auch nochmal angekurbelt wird. Und was ein ganz wichtiger Faktor ist, gerade im Sport, es lässt die Bänder und Sehnen etwas weicher werden, also auch elastischer werden. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die verschiedenen Trainingsarten geht. Dann kommen wir zum Testosteron. Testosteron, da braucht man fast gar nicht mehr so viel zu sagen, kennen wir alle, ist ein sehr anaboles Hormon. Es wirkt muskelaufbauend, knochenaufbauend. Es fördert die Blutbildung, also die Erythopoese, die Blutkörperchen, die vermehrt gebildet werden. Das macht man sich ja illegalerweise auch oft zunutze im Doping. Denn je mehr Blutkörperchen im Kreislauf zirkulieren, desto mehr Sauerstoff kann gebunden werden. Je mehr Sauerstoff der Körper hat, desto länger hält so ein Muskel natürlich auch durch. Desto länger hält der Mensch durch. Deswegen ist Testosteron natürlich ein ganz, ganz wichtiges Hormon beim Sport. Und wir haben ja vorhin schon gehört, je mehr Östrogen da ist, desto mehr Testosteron ist da. Denn es gibt ein Enzym, die sogenannte Aromatase, die aus Östrogen Testosteron bildet. Je mehr Östrogen, desto mehr Testosteron. Und jetzt schließt sich der komplette Kreis. Wir haben jetzt also gehört, was der Zyklus ungefähr ist, wann welches Hormon hoch ist, was die Hormone eigentlich so alles machen und können. Und jetzt fassen wir das Ganze mal zusammen und kommen zum zyklusbasierten Training. Fangen wir mit der Menstruation an. Wir haben ja gehört, die Hormone sind auf einem Null-Level. Östrogen, Progesteron, Testosteron, alle mehr oder weniger auf einem niedrigen Niveau. Bedeutet für dich, du bist vielleicht gerade nicht so Leistungsfähigkeit, du hast vielleicht auch nicht so den Antrieb, jetzt sportlich aktiv zu werden oder auch im Beruf jetzt Großes zu leisten. Das kannst du für dich und deinen Körper einfach so annehmen. Das Bauchgefühl ist ein ganz wichtiges Gefühl. Und sagen, okay, ich mache nicht nichts, aber ich mache halt ein bisschen weniger. Ich mache vielleicht Yoga, Pilates, Spaziergänge. Was auch wichtig ist und erwiesen ist, Bewegung hilft auch bei Menstruationsbeschwerden unglaublich gut. Wenn man natürlich unter Endometriose, einer primären Dysmenorö etc. leidet, fällt die Bewegung natürlich umso schwerer, weil es einem einfach nicht gut geht. Dazu gibt es hier auch unglaublich viele Videos, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Nichtsdestotrotz, wenn du sagst, okay, ich versuche mich aufzuraffen, ich versuche vor die Tür zu gehen, frische Luft zu schnappen, einen kleinen Spaziergang zu machen, dann danach vielleicht eine Runde Yoga. Ist das genau die richtige Phase, um hier ein bisschen regenerativ, mental dich auf deine nächste Phase vorzubereiten? In der Follikelphase haben wir ja gelernt, geht das Östrogen so langsam nach oben und steigert sich und steigert sich. Und wir haben auch gelernt, Östrogen, Testosteron, hier ist so ein Fließgleichgewicht. Wir haben jetzt also zwei Hormone, die nach oben gehen, die sehr leistungsfördernd sind. Und das ist genau die perfekte Zeit, um hier auch in der Leistung nach oben zu gehen im Sport. HIT, also High Intense Training ist hier absolut sinnvoll und auch wirkungsvoll. Du wirst dich sehr leistungsfähig fühlen, du wirst sehr viel Push haben, du wirst sehr viel Motivation haben. Und das ist auch die Phase, wo viele Spitzensportler auch wirklich ans Limit gehen, sich pushen ohne Ende, je nachdem, was man für einen Sport hat, genau die Phase nutzt, um Muskeln aufzubauen, um den Kraftausdauer aufzubauen und richtig hier ans Upper Limit zu gehen. Das Ganze gipfelt natürlich im Eisprung. Jetzt gibt es Frauen, die haben um den Eisprung absoluten Höhe-Peak von der Leistungsfähigkeit. Es gibt aber auch Frauen, die haben extrem Mittelschmerz, die also wirklich dann 24, 48 Stunden Probleme haben, wo sie natürlich nicht so leistungsfähig sind. Das ist sehr individuell, das gilt für das ganze zyklusbasierte Training. Musst du also schauen, ob du zum Eisprung her nochmal einen Push kriegst oder ob das dann langsam schon stagniert und in die nächste Phase übergeht, nämlich die Lutealphase oder auch Gelbkörperhormonphase. Lutealphase haben wir gelernt, Progesteron geht jetzt peu a peu nach oben, hat in der Mitte der zweiten Zyklusphase sein Maximum und sinkt danach wieder langsam ab. Und auch hier, wenn gleichzeitig Östrogen und Testosteron leicht absinken, wird auch die Leistungsfähigkeit bei den meisten Frauen etwas sinken. Das heißt aber nicht, dass du gar keinen Sport machen solltest, sondern hier ist es einfach daran, jetzt was Regeneratives zu machen, vielleicht auch was Koordinatives zu machen, vielleicht auch was Mentales zu machen. Viele Spitzensportler haben ja nicht nur die große Aufgabe, körperlich maximal auf dem höchsten Level zu sein, sondern eben auch mental. Und hier bietet sich natürlich auch diese Phase sehr gut an, weil wir haben gelernt, Progesteron wirkt dämpfend, wird zum Teil auch sedierend und kurz vor der Periode macht es auch die Bänder weich und eben auch die Sehnen locker, sodass es hier auch zu einer erhöhten Verletzungsgefahr kommt. Das heißt hier in dem Fitnessraum ein paar koordinative Muskelübungen machen für die Statik. Das ist natürlich genau die Phase, die man jetzt nutzen könnte und sich eben auch mental darauf vorzubereiten. Jetzt haben wir das Ganze grob abgesteckt und ihr hört vielleicht auch raus, ja, das scheint ja alles ganz viel Sinn zu machen. Wie sieht denn jetzt eigentlich die Studienlage aus? Und die Studienlage, da sind wir ganz ehrlich, ist relativ mau. Erstens natürlich, weil dieser Trend noch nicht so lange existent ist. Zweitens, weil die Studienteilnehmerin ja auch relativ großes Kollektiv ist. Ich habe schon erwähnt, so individuell wie jede Frau, so individuell ist eigentlich auch jeder Zyklus. Es gibt Frauen, die haben sehr lange, sehr starke Blutungen während der Periode. Es gibt Frauen, die haben eine Follikelreifungsstörung. Da funktioniert diese Follikelreifung nicht so gut. Und die Östrogene und der Testosteronlevel, der kommt erst viel später on peak. Es gibt Frauen, die haben diesen ausgeprägten Mittelschmerz. Es gibt Frauen, die haben sehr ausgeprägt prämenstruelle Syndrom. Die sind fünf, sechs Tage vor der Periode eigentlich zu gar nichts mehr zu gebrauchen. Und deswegen ist natürlich auch diese Heterogonität dieses Klientels relativ schwer in der Studie zusammenzufassen. Dritter Punkt, ganz, ganz oft laufen die Studien natürlich mit Spitzensportlerinnen. Das heißt, die Normalos, so wie unser eins, sind gar nicht abgedeckt. Und die haben natürlich ein ganz anderes Level an Qualität, wie sie sich sportlich betätigen, was sie für ein Equipment haben, wie sie sich auch regenerieren, ernähren etc. Sodass die Studienlage zwar sagt, ja, das kann funktionieren. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, nee, das bringt gar nichts. Aber unterm Strich bleibt, viel mehr Forschung ist natürlich nötig. Aber es macht rein medizinisch und physiologisch Sinn, sich mal den eigenen Zyklus anzuschauen, zu tracken und auch hier zu versuchen, seine sportlichen Aktivitäten danach auszurichten. Bist du leistungsfähiger in der Follikelphase, ja oder nein? Bist du ein bisschen gedämpfter in der zweiten Zyklusphase? Wie geht es dir um die Periode und wie kannst du deinen Sport so einbauen in den Zyklus, dass du das Optimum rausholst? Und hier spielt übrigens auch Ernährung eine Riesenrolle. Es gibt auch zyklusbasierte Ernährung. Ich schaue mir den eigenen Zyklus an und gucke, was braucht mein Körper in welcher Zyklusphase? Wenn dich das Video interessieren sollte, schreib es mir mal in die Kommentare, kann ich gerne auch mal was zu erzählen. So, und dann habe ich euch ja versprochen, dass man das Ganze auch ummünzen kann auf dem Beruf. Und das ist tatsächlich so. Also, wenn man ein großes Referat, einen Vortrag, eine Präsentation hat und das so legen kann, dass man da vielleicht in der Follikelphase oder sogar zum Eisprung hin ist, dann ist man natürlich wahnsinnig leistungsfähig. Wenn man das legt, während man seinen ersten Tag der Periode hat, das ist natürlich suboptimal, weil erstens hast du da andere Probleme und zweitens bist du da von den Hormonen auch nicht so leistungsfähig. Man kann das Ganze also nicht nur auf den Sport projizieren, sondern eben auch auf den Beruf. Wenn du jetzt beim Thema Prämenstruelles Syndrom, PMS aufmerksam geworden bist oder der Mittelschmerz dich ansprichst, dann kannst du dir gerne mal eins dieser beiden Videos oder auch gerne beide anschauen, denn es gibt hier auf diesem Kanal noch ganz, ganz, ganz viel mehr. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Probiert es mal aus, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das schon macht oder ob ihr es probiert habt und wie es funktioniert. In dem Sinne, wir hören und sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.